Wir leben in einer Zeit, da geht auch ganz schnell was zu zweit. Mit einer App vom Internet. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single, so lautet im Fernseher der Werbe-Jingle. Es handelt sich um einen, der bleibt allein. Es ist schnelllebig und kurzer Milch mit Fisch und Weck im Gepäck. Diese Schröten waren früher Küchenbräum. Und dann eine Nachricht für Poesie. Hey na Süße, was für ein Genie. Ich bleibe stumm, darf uns nochmal. Ich schaue nach und finde es echt brutal. Da grinst mich ein Penis an. Der Penis von diesem Mann, von dem ich absolut nichts weiß. Und er nicht mehr wie ich heiß. Da grinst mich ein Penis an. Ich wusste nicht, dass der das kann. Was soll denn so ein Scheiß? Der weiß noch nicht mehr wie ich heiß. Ein schwarzes Staf will man meinen. Nicht jeder Mann will sich gleich vereinen. Die Zeit geht um und das Handy brummt. Es folgt eine Liste seiner Interessen. Was will das? Will er sich mit mir messen? Ich ahne es schon und schaue noch mal rein. Ich denke mir nur, was will der sich an? Da grinst mich ein Penis an. Ich bin es von diesem Mann, von dem ich absolut nichts weiß. Und er nicht mehr wie ich heiß. Da grinst mich ein Penis an. Ich wusste nicht, dass der das kann. Was soll denn so ein Scheiß? Ich weiß nur nicht mehr, wer ich heiß. Manchmal dein Gemis an. Das musst du nun echt nicht sein. Schreib mir lieber ein Gedicht. Und zeig mir dein Gesicht.